So, da ich mein Handy vergessen habe, sehe ich nicht, ob die Kamera richtig eingestellt ist. Ich hoffe es. Und zwar hat YouTube mich angeschrieben. Meine Videos sind zu lang. Die werden nicht bis zum Ende geguckt. Also machen wir heute ein kurzes Video. Ich habe hier einen Spielplatz. Den habe ich eigentlich immer gemieden, weil er ist echt winzig. Machen wir mal ein kurzes Video. Vielleicht feiert ihr erst mehr, vielleicht auch nicht. Ist aber auch egal. Ich wollte hier eh mal suchen. Ich habe mal einen neuen Metall-Dektor mit. So. Zup, 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 zup. Ich mache das fest. Das lohnt sich eigentlich gar nicht in die Tasche umzutun für die paar Meter. Aber ich habe auch keinen Bock, das zu tragen. So, dann sehen wir uns gleich. Oder, ach Quatsch, hier können auch dranbleiben. So, Bodenabgleich hat mir immer noch keiner gesagt, wie ich den am besten mache. Ich glaube, den drücken. So, wir machen noch mal Menü. Nein. Du siehst es, wenn du es lange nicht mehr gemacht hast. Option. Genau. Schraubenschlüssel. Ja, drauf gehen. Nein. Doch, da war es. Verdammt. So, das wollen wir. Genau, große Zahl. Na, dann suchen wir mal. 82. Das fängt ja gut an. 82. Das ist richtig. Dieser Pinpointer, ja. Der twiggert mich echt. Wie oft der verstellt ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Was, ich rube, hast du noch nicht. Ich rufe das nicht. Was, ich rufe das nicht. Ich rufe das nicht. Okay. 50 Cent, das war jetzt ein Akt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, hat ja noch keiner gesucht. Okay, machen wir hier alles zu. Den machen wir aus. Den müssen wir lauter stellen. Ja, super. Das ist doof. Müll nehmen wir auch mit, bestimmten Liebesbrief für die Kids. Das ist zu groß. 84. 84. 84. Also da bin ich schon richtig. Da ist irgendwas Metallendes. Ja, da wird irgendwas. Ja, da ist irgendwas Metallendes. Also nicht gut. Hat so schön angefangen. 75. Erstmal müssen wir den Müll hier aufheben. Das. 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 Und das. Jetzt tun wir gleich den Müll. Da. Irgendwo. wieder Metall. Ja. Also das ist nicht Oberfläche, jetzt brauchen wir es nicht buddeln. Weil jetzt wieder Metall. Metall. Toll. Metall. Toll. 1984. Ja, aber das ist auch, bestimmt wieder dieses Metall. Ne, da, die 20 sind. So, 50 nicht. Gehen wir mal da rüber, vielleicht doch was. 86. 86, sagen wir mal bei 86. 20 sind. Alles haben die. So. Haben die hier keinen Mülleimer? Die haben nicht mal Mülleimer hier, kein Wunder. Die ganze Kitze hier alles hinschmeißen. Geht's da gar nicht. Nicht schön. So, das war's auch schon mal. Schon mal. Sag mal so. Schon. Ich sag ja für ein kurzes Video, weil mein Schwiegervater hat Geburtstag. Nichts. Nichts. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? 86. Mehr da. So. So. Kann mal nicht sein. Das ist der. Das ist, das muss mir mal jemand erklären. Man muss sich doch irgendwo sehen können, wie tief das ist. Bei meinen alten konnte ich das ja auch. 87. Da. Ein Euro. Ja. Hartlichkeit lohnt sich. Super. Was ist noch was? Ja. Ein Euro. 86. Bin ich hier echt drüber gelaufen? Ha. Noch ein Euro. Also ich muss gründlicher suchen, habe ich festgestellt. Weil ich war ja gerade da, da war ja diese Stange und da bin ich hier gegangen darüber. Deswegen gründlicher suchen, Leute. So. Gehen wir noch mal. Gehen wir noch mal rum, ne? Guck mal, hier ist Silberfolie. Die erkennt ihr ja gar nicht. Das finde ich echt wahrscheinlich. Mein anderer wäre völlig ausgeflippt. So. So. Hier brauche ich zu Hause keine Up-Moderator machen. So. Ich habe eh keine Zeit. Tut 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 tut. Das haben wir gefunden. Außer den Cent da. Die 2 Cent. Der hier findet keine Centstücke mehr. Mein alter hat er da. Das ist immer völlig ausgeflippt. Das ist immer völlig ausgeflippt. Das ist immer völlig ausgeflippt. Das ist immer, ich rede. Ich habe ja nicht in die Zeit, aber es ist immer nur an! Ich habe ja keine Zeit, das ist immer ganz gut. Das ist immer gut vor. Ich habe nicht gehört. Das ist immer ganz schön. Ich habe ja, Äh, habe ich hier gesucht? Stimmt, ich habe hier gar nicht gesucht. Das können wir noch eben machen. 10 Cent. Ich habe irgendeinen Anhänger gefunden. Und wieder 10 Cent. So, jetzt setze ich meine Kamera doch nochmal auf den Kopf, weil dann doch mehrere Signale sind. Und eben als ich das ausgemacht habe, hat so eine Oma, eine ältere Dame, kam an und sagte, eben als ich die Kamera ausgemacht habe, kam so eine ältere Dame an. Ich sagte, der Wind weht das weg, nehmen Sie bitte mit, da habe ich es eingepackt. Jetzt tue ich es nochmal raus und suche hier nochmal eben, weil hier sind doch schon viele Signale. Weil ich jetzt die ganze Zeit für jeden 10 Cent hinterherlaufen muss, ist das ja auch nicht so schön. Da. Ja, jetzt doch kein kurzes Video, ja? Wieder 10 Cent, sehen Sie. Wieder 10 Cent. Oh, die schmeißen hier mit 10 Cent-Stücken um sich. Okay. Immer noch da, 66. Da ist es. Jetzt. Eine Mutter. 87. Also ich dachte eigentlich, hier wäre nichts. kurzes Video. Aber jetzt. Was ist das denn? Was ist das? Ach, guckt euch. Das ist ein riesen Würfel. Guckt mal, seht ihr? Hier ist die 1. Dann ist da die 6. Dann ist die 2. Hier ist die 5. Und da wusstet ihr nicht, dass bei Würfel immer gegenüber 7 ist. Wenn hier 6 ist, ist da die 1. Das ist ja witzig. Richtig schwer. Da habe ich einen riesen Würfel gefunden. Ich habe immer Angst, wenn die Leute mich sehen, dass die wegen dem Messer die Polizei rufen. Da läuft der mit dem Messer rum. Das ist das Einzige, was mich eigentlich so... Nochmal kurz vorweg. Den nehme ich jetzt mit, weil ich es dir auch mal versprochen habe. Sonst mache ich sowas nicht. Dann lasse ich es lieber den Obdachlosen. Also ich werde jetzt hier nicht so ein Flaschensammler oder sowas. Das mache ich jetzt nur ausnahmsweise, weil die Oma hier spazieren gegangen ist. Und die war wohl früher hier auf Schule oder wohnt hier oder so. Keine Ahnung. Und... Die habe ich erklärt, was ich mache. Und er sagt, dann können sie den Müll aber auch noch mitnehmen. Dann habe ich gesagt, na gut. Dann mache ich das jetzt. Also... Ich weiß nicht. Flaschen sammeln... Ne... So weit ist es dann doch noch nicht gekommen. Obwohl ich muss schon sagen, mir ist es ab und zu... Ist mir dazu gekommen, dass mir Leute Geld hingeschmissen haben. Sagen wir mal hier Suche oder so. Ist mir auch schon passiert. Oder als ich mit meiner Frau in Dortmund war... Da hat jemand... Da kam so ein Junge angerannt und hat mir einen Euro gegeben. Hat gesagt, hier von meinem Vater. Damit wir jetzt hier nicht suchen müssen. So. Das war meine Frau sehr unangenehm. So. Bis später. Wir haben so drei, vier Uhr gefunden. Aber... Alles gut.